Ein studentisches Praktikum ist die Möglichkeit, dein theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen, Erfahrungen zu sammeln und hier frischen Wind reinzubringen. Das Coole an dem Praktikum ist eigentlich, dass es so vielseitig ist. Natürlich auch das Gehalt. Ich kann mir auch definitiv eine Zukunft bei der Commerzbank vorstellen. Ich kann eigentlich alles fragen, was ich will und ich bekomme immer die Hilfe angeboten, die ich auch brauche. Ganz wichtig ist einfach Lust und Einsatzbereitschaft pro Aktivität. Ich kann eigenstelligen Projekte leiten und auch Events durchführen. Du startest mit deinem Team in einem Daily und besprichst eben das Vergangene und erklärst ihnen, was du für den Tag vorhast. Wir haben auch Team-Tage festgelegt, Praktikanten-Session, wir gehen auch immer zum Beispiel zusammen lunchen. Dass die Praktikanten oder die Nachwuchskräfte im Allgemeinen sich untereinander vernetzen. Dieses Anzugsklischee wird hier eigentlich nicht mehr so erfüllt. Es waren alle eigentlich sehr nett, offen, locker. Ob es jetzt Marketing sei oder IT, die Bank hat für jeden oder für jede auch etwas zu bieten. Und du dachtest, du passt hier nicht rein? Ich hoffe, wir konnten dich vom Gegenteil überzeugen. Komm zu uns und bewirb dich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.